schönen guten morgen freunde herzlich willkommen zu einer neuen folge des vlogs wie ihr seht ich stehe hier gerade im gästeklo habe ich noch mal zurückgezogen die mädel sind schon draußen wir warten eigentlich aufs frühstück also was heißt wir warten aufs frühstück wollen gleich frühstücken aber ich habe irgendwie bock auf eier problem ist wir haben nur noch zwei stück das land natürlich nicht für für uns alle also wenn ich jetzt gleich noch mal mit dem rädchen runter zum hof fahren also hier gibt es einen bauernhof und draußen automaten und in der regel hat dieser automat kartoffeln ein bisschen äpfel und eier und da werde ich jetzt gleich hingucken ich habe heute auch glücklicherweise ein bisschen bargeld dabei oder ein bisschen bargeld einstecken deswegen wie gesagt guck ich dahin und danach gibt es frühstück für uns ich bin insgesamt auch noch ein bisschen verballert und auch unrasiert und fern der heimat gestern event fotografiert in frankfurt bin dann abends wirklich total groggy eingepennt also geduscht habe ich glücklicherweise vorher noch rasiert mich nicht mehr das muss ich heute irgendwie noch machen denn es steht noch mal ein job an wir haben zwar heute sonntag aber anders haben wir es nicht hinbekommen bier war im urlaub und ich brauche den bier für video denn wir filmen heute so ein pool oder so ein neues pool system ein start-up-unternehmen und wir brauchen tagesaufnahmen und nachtaufnahmen das natürlich bei einem budget klassisch start-ups die jetzt nicht so riesig sind dass wir das ganze über mehrere tage strecken können also treffen wir uns rund um den sonnenuntergang so dass wir davor müssen was aufnehmen können und müssen was danach aufnehmen können deswegen kommt der pierre um zehn vor sechs dann zu mir wir fahren dann dahin sind irgendwie gegen halb sieben sind wir da können aufbauen und dann sollte das ganz gut funktionieren soweit der plan jetzt wie gesagt vorher noch ein bisschen eier holen brot haben wir den kamerad hier nämlich mit dann könnt ihr die fahrradfahrt mit sehen mit der insta 360 go 3 viel spaß bis gleich wie Bis zum nächsten Mal. 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 Bereit? Bereit. Ist ein bisschen warm. Erstmal starten. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.